Eine neue Ausgabe steht an von The Podcast Goes Too. Mein Name ist Chris-Luzio Schönburg und ich freue mich wieder auf das Herzlichste, dass ihr mit dabei seid. Und ganz besonders freue ich mich natürlich auch, wie immer, wenn er mit dem Podcast spricht und allein schon wegen seiner Anwesenheit. Hallo und herzlich willkommen, Stefan B. Westphal. Ach, das hast du aber schön gesagt, Chris. Oder? Ich habe fast ein bisschen rot. Oder so ein bisschen? Nein, ich freue mich sehr, muss ich sagen, dass du wieder mit am Start bist und mich so ein bisschen mit unterstützt und begleitest. Und es geht darum, was jetzt alles so abging in der vergangenen Woche, in der letzten Zeit, weil da war so einiges. Oh ja. Und für mich persönlich, gerade jetzt auch über die Ostertage, ging ein Thema nicht aus meinem Kopf. Kommt Stefan Raab wieder? Ja, hoffentlich nicht. Wieso? Mach du erst mal, alles gut. Ich kann da gleich was zu sagen. Ja, er hat nämlich auf seinem Instagram-Kanal, also auf einem neuen Instagram-Kanal, der frisch angelegt, nee, der ist nicht frisch angelegt, es war schon ein Bild oben, aber so richtig aktiv wurde er mit einem Reel. Also für alle, die kein Instagram haben, mit einem kleinen Video. Alle drei. Ja, aber trotzdem, man muss es ja erklären, also es war ein Video, was hochgeladen wurde, wo man ihn gar nicht richtig sieht auf den ersten Blick, sondern Elton, ne, seinen Kompagnon von damals aus seiner TV-Totalzeit und aufwendig produziert. Er hat auch wahrscheinlich, wie es aussieht, auch wahrscheinlich, wie es aussieht, gar nicht in Deutschland, sondern in einem anderen Land. Und nichtsdestotrotz, ja, sieht man halt Elton, wie er dort dann paddelt und nach Stefan Raab ruft. Dann findet er ihn auch ganz verwahrlost auf einer Insel und man sieht ihn wirklich, man sieht ihn gar nicht so direkt. Er ist so halb angeschnecht. Ja, nur von hinten, von der Seite und so weiter und so fort. Es ist aber seine Stimme, also er muss es eingesprochen haben und dann hat er gesagt, okay, ich würde Influencer, ich werde Influencer. Mhm, was, wie viele, wie viele Abonnenten willst du haben, wie viele Follower? Neun Millionen, so wie Pamela Reif, die ist ja eine bekannte Fitness-Influencerin. Ja, jedenfalls, okay und so weiter und so fort, drei Tage hast du dafür Zeit. Jetzt, äh, steht fest, drei Tage haben leider nicht gereicht. Er hatte jetzt, glaube ich, zuletzt, habe ich geguckt, 2,8, 2,9 Millionen. Äh, und trotzdem, jetzt kam am Ostermontag nochmal ein Video hinterher, wo es dann hieß, okay, ich komme wieder, aber nur oder erstmal nur in einem Boxkampf mit Regina Halmich. Das ist ja auch nicht der erste von den beiden, sondern mittlerweile der dritte und der soll im September stattfinden. Und jetzt an dich die Frage, stimmt das oder war das wirklich so ein April-Scherz mit Folgen? Ich glaube, mittlerweile hat es ja auch Regina Halmich bestätigt. Also es ist mittlerweile ja ernst, dass es, ja, weitergeht oder dass man den alten Kaffee doch nochmal aufwärmt und dann die dritte Variante davon dreht, in der Stefan Raab verlieren wird. Äh, ob man sich das jetzt antun muss mit, mit 60, weiß ich nicht, vielleicht ist Geld dann doch am Ende ein bisschen knapp geworden, obwohl er hat ja viel produziert und alles. Er hat ja auch immer noch seine, seine Firma. Ja, ja, also er macht ja, beziehungsweise hat er sich ja da auch ein Stück weit rausgenommen und hat sich ja auch mit, egal, jetzt wollen wir mal die ganze Politik hinter den Kameras gar nicht so thematisieren. Aber, äh, weil du mich vorhin fragtest, warum, also Stefan Raab hat tolle Shows entwickelt, will ich gar nicht in Abrede stellen. Also so ein Konzept hier wie, schlag den Raab, etc., das muss einem erstmal einfallen und das muss man erstmal auch, auch so umsetzen. Aber, ähm, ich hab ihn tatsächlich in der Anfangszeit, ähm, sehr gern geschaut, sehr gern, äh, gemocht, als, als TV-Total so eine wöchentliche Sendung war, so wie es jetzt auch ist. Aber, das hat sich irgendwann abgenutzt, weil, ähm, ich hab immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, Stefan Raab teilt gerne aus, kann aber selber nicht einstecken und das mag ich überhaupt nicht an Menschen. An Menschen, die im, im Fernsehen sind und Moderatoren? Generell an Menschen, also wenn ich austeile, wenn ich andere dumm mache, dann muss ich auch die Traute haben, etc., mich selber dumm zu machen oder dumm machen zu lassen. Also, ein Harald Schmidt zum Beispiel ist damit völlig anders umgegangen, der ist dann eben auf einmal auch im Blümchen Badehose beim Senioren schwimmen gewesen oder irgend sowas, wo du einfach sagst, ja gut, okay, den musst du jetzt auch erstmal bringen. Und bei einem Stefan Raab, auch wenn man ihn manchmal so in Interviews mitbekommt, etc., oder da, da kommt er, nee, das ist halt nicht einfach so mein, mein Typ, er hat viel fürs Fernsehen geleistet, ohne Zweifel, will ich überhaupt nicht in, in Abrede stellen. Nein, tolle Ideen gehabt, tolle Shows entwickelt, Bundesvision Song Contests und so weiter und so fort, ich glaube, man kann sie gar nicht alle zählen, aber… Er hat auch Leute groß gemacht. Ja, definitiv. Eine Lena Meyer-Landgut, glaube ich. Und ich frage, ja, auch musikalisch, was er da geleistet hat, ohne Zweifel, super, aber ich frage mich halt, was reitet ihn jetzt nach zehn Jahren, nach seiner Fernsehabszinenz, zurückzukommen und ausgerechnet mit so einem Boxkampf-Event gegen Regina Halmig. Also, sag mal, wenn er jetzt… Auch das muss man ihm ja lassen, musikalisch, was er da geleistet hat, egal wie fragwürdig die Auftritte teilweise waren, von Gildohorn, von ihm selbst, etc., pp., ne, beziehungsweise Lena dann im Endeffekt mit dem Sieg für Deutschland, er hat jedes Mal dort geliefert. Oder abliefern lassen. Oder abliefern, naja, sag mal, am Ende ist es ja ein Komponistenwettbewerb, wenn du es so nimmst. Und er hat da jedes Mal abgeliefert. Und das muss man ihm dann auch lassen, also ohne Zweifel. Ich erkenne seine Leistung da voll an. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, seit Dezember 2015 ist Stefan Raab eigentlich nicht mehr auf der Platte. Also nicht mehr zu sehen, nicht mehr in Funk und Fernsehen, überhaupt nicht, hat sich komplett zurückgezogen. Es ist jetzt fast zehn Jahre her. Hast du ihn medial vermisst? Nee. Okay. Also, wie gesagt, ich hab, wie man ja vielleicht raushört, ich war jetzt dann zum Ende hin auch kein großer Raab-Fan. Und für mich war das halt so, Stefan Raab hört auf, das war für mich halt, als ob jetzt in dritten irgendeinem Nachrichtensprecher sagt, ich moderiere hier nicht mehr die Lokalnachrichten. Ja. Klar, es war ein Ereignis. Ähm, ich glaube auch gerade, gut, wie alt warst du da? Ach, du hast es ja auch gar nicht wirklich, oder zehn, ne? Aber es werden wir, also Stefan Raab, nie so richtig mitbekommen. Nie so wirklich mitbekommen, etc. Das ist sicherlich so für die Generation, die jetzt 30 sind, so die Drehe, für die ist das jetzt ein großes Ding. Aber ich hab, ich hab das damals einfach nicht mehr geschaut. Ich hab dann solche Eventshows geguckt, ja, so in den Bundeswischen Song Contest zum Beispiel. Oder auch, äh, mal schlag den Raab auch mal eine Folge oder so. Äh, weil das war ja eigentlich, er wusste ja auch um seine Wirkung. Das, genau da hat man ja dann eigentlich, äh, das war ja dann am Ende schon wieder faszinierend, wie ehrgeizig er da in die Spiele gegangen ist, etc. Und das sorgt ja heute noch für, für Memes und Co, ne? Das ist halt der Punkt, warum ich ihn, warum ich ihn, entschuldige, dass ich jetzt so reinkrätsche, aber dass ich ihn jetzt halt kenne, weil mir die YouTube-Videos, so kleine Schnipsel aus seiner Sendung, immer noch angezeigt werden. Die werden zum Teil millionenfach geklickt. Also, äh, oder auch Prominente, die damals in seiner Show waren, eingeladen wurden bei TV-Total nur mal, um sich halt zu präsentieren. Keine Ahnung, fünf Minuten, zehn Minuten lang. Die teilen das heutzutage ja alle noch selber und mittlerweile sind sie ja wirklich richtig berühmt. Ich fand die Anfangszeit toll, wo er zum Beispiel mit den Rabi Gramm losgezogen ist. Wo auch so Dieter Bohlen und so auf den Arm genommen hat. Genau, wo er selber da auch teilweise noch selbstironisch ein Stück weit war, weil das ist mir halt mit, mit Rab in Gefahr, was er da alles mögliche gemacht hat und so. Aber das ist mir halt alles irgendwann im Laufe der Zeit verloren gegangen, so ein Stück weit. Aber das hat ja auch Harpe Kerkeling zum Beispiel gemacht. Oder so Darüber nach die Welt, wo er auch dann losgegangen ist und rausgegangen ist. Ja, aber Harpe Kerkeling ist auch nicht zu schade, sich in Prinzessin Beatrix Kostüm anzuziehen, da im Schloss Bellevue vorzufahren. Überhaupt nicht damit zu rechnen, reingelassen zu werden und sich dann zu überlegen, wie verhindere ich jetzt hier so einen Staatsempfang. Nicht den Staatsempfang, sondern wie hat er mal in irgendeinem Interview erzählt, wie verhindere ich jetzt hier, wie heißt das denn, wenn die Staaten miteinander in Konflikt geraten? Nicht Staatsstreich, wie heißt das denn, um Gottes Willen, helft uns, liebe Hörer. Also ein Konflikt. Zwischen den Staaten bei diesem Empfang. Und dann haben sie ihn ja auch nett rauskomplimentiert und er ist ja dann auch gefahren. Also alles, alles super. Und ja, das sind halt teilweise wirklich Perlen der Fernsehgeschichte, sollte man sich auf YouTube auf jeden Fall mal gönnen. Also den, wie ich jetzt aber das Ganze raushöre, vermisst du schon in der großen Fernsehunterhaltung. Kerkeling? Ja. Mehr als Rab. Krass. Krass. Ich glaube, da sprichst du auch für einen Großteil der Deutschen, aber Rab ist ja auch, der wird ja geliebt. Habe ich jetzt erst wieder gesehen. Was hat das Thema jetzt für Wellen geschlagen? Unglaublich. Ja, sag mal, auch dieser. Hätte es aber auch, wenn ganz kurz, wenn Kerkeling zum Beispiel Wetten das übernommen hätte. Ja, von mir aus. Aber Rab jetzt hier diesen PR-Gag zu machen. Ja, und wenn ich in drei Tagen neun Millionen Follower habe, wo man von Anfang an weiß, sorry, das ist ja nun, kann ich auch sagen, und wenn ich es morgen schaffe, viermal den Mount Everest zu besteigen oder sowas in der Richtung. Naja, Dwayne Rock Johnson hätte es vielleicht geschafft. Ja, oder Chuck Norris. So, ne, aber, aber, sag mal, das war ja schon trotzdem jetzt ein beachtlicher Erfolg mit den, in Anführungsstrichen, jetzt wirklich, in ganz dicken Anführungsstrichen, nur drei Millionen. Ne, und, ähm, ja, ich meine, wenn er jetzt unbedingt sagt, er muss nochmal gegen die Halmich boxen, ich hätte mir vielleicht ein bisschen was anderes gewünscht, ne, auch, dass er, dass er vielleicht wirklich mit einem neuen Konzept kommt oder sagt, er, er macht nochmal zehn Folgen, schlagt den Raab oder, obwohl, ich meine, er wird ja auch nicht jünger, muss man ja, ja auch dazu sagen, so eine Sendung ist ja auch wahnsinnig anstrengend, äh, oder macht halt irgendwie nochmal was, aber mit dem Boxkampf hätte ich jetzt nicht gerechnet und es ist jetzt auch nicht das, wo ich sage, boah, geil, da freue ich mich jetzt schon auf den, den Terminen und auch, und muss mir das unbedingt angucken. Auf der anderen Seite, wenn, wenn Stefan Raab sagt, äh, wenn er überhaupt irgendwas postet und da kommt drei Millionen Follower, dann darf er auch gerne auf meinem Instagram-Kanal demnächst was posten. Stefan, teil uns. Wenn ich danach drei Millionen Follower habe. Aber die Hälfte würde reichen, wollen wir mal nicht so unverschämt sein. Okay, nee, es sollen schon ein paar mehr als du an die vor Tim sein. Ich hätte ja vielleicht, ich hätte vielleicht damit gerechnet, und da hat man ihn auch ja das ein oder andere Mal schon, schon vermutet, dass er vielleicht bei Maske Zinger mal mit dabei ist und unter den Masken steckt. Ja, wäre auf jeden Fall sein Heimatsender. Wäre ProSieben, wäre sein Heimatsender, wäre eine Riesennummer gewesen, Stefan Raab unter einer Maske. Ich glaube aber, das hätte ihm persönlich nicht ausgereicht. Das wäre so nicht dieses große Comeback gewesen und ich glaube, er mag es dann schon, auch im Rampenlicht zu stehen. Klar, aber man hat ihn ja, ich glaube, bei, nicht ich glaube, sondern ich weiß, bei Tom Beck, das Faultier, da hat man tatsächlich manchmal echt den Eindruck gehabt, das ist Stefan Raab da drunter. Vielleicht hatte Tom Beck ja auch ein, zweimal keine Zeit und dann ist wirklich Raab eingesprungen. Raab, mach du heute mal. Oh, hoffentlich, hoffentlich muss ich, demaskieren sie mich heute nicht. Ja, ich glaube, so weit geht die Geschichte dann doch nicht. Aber das war doch die perfekte Überleitung. Das habe ich gut hinbekommen. Ja, das ist sehr gut, du bist ja der Meister der Überleitung, ich merke das schon. Das hätte man ja voriges, ja, bei der vorigen Staffel machen können mit Jenke von Wilmsdorf. Warum? Ach, da war er ja nicht, war er nicht so doppelt. Der Jenke von Wilmsdorf saß in der ersten Folge in der Jury. Ja. Also nicht Jury, sorry, im Rate-Team. Natürlich. Das ist ja keine Jury. Natürlich. Und eine Maske wurde zwar angekündigt, ist dann aber nicht aufgetreten und da sagt man ja gut, okay, das kann ja jetzt mannigfaltige Gründe haben, ne, da kann ja einer krank geworden sein, hat wirklich einen Flug verpasst oder, oder whatever. Und die Maske ist dann erst ab der zweiten Show aufgetreten und darunter unter der Mars-Maus verbarg sich dann Jenke von Wilmsdorf. Und ja, es hat ungefähr zwei Töne gedauert, dann hatte ich ihn erkannt. Wurde er dann aber auch wirklich als zweites demaskiert? Das weiß ich nicht. In der Show? Nee, nee, ich glaube, er hat wirklich ein paar Shows dann durchgehalten und ist jetzt nicht gleich rausgeflogen. Nach seiner ersten Show. Aber an der Stimme, also das war mir eigentlich relativ schnell klar. Und tatsächlich hatte ich, man muss ja bei Maske Zinger immer auf alles gefasst sein. Und tatsächlich hatte ich schon in der ersten Show, als man die Maske nicht ankündigte und dann kam sie nicht und gesagt, naja, da wird wohl vielleicht nächste Woche. Und so kam es dann auch. Also das ist ja wirklich die Show, die so viele Sachen möglich macht und so das Unmögliche dann da doch nochmal auf die Bühne bringt. Die Show der fast unbegrenzten Möglichkeiten, wer da drunter stecken könnte und das geht wieder los am 6. April. Und irgendwie ist das von den Unterhaltungsshows in Deutschland und auch die großen Unterhaltungssendungen nehmen ja ab, für dich irgendwie immer noch das Who is Who. Warum? Nicht mehr. Okay. Also ich habe, ich erkläre auch gleich warum und warum es sehr clever ist, was sie in dieser Staffel machen. Ich habe die Sendung tatsächlich sehr, sehr gemocht oder mag sie auch immer noch, dieses Konzept. Aber es nutzt sich natürlich auch ab, weil du guckst im Prinzip, die Shows werden ja alle ewig lange gezogen. Du guckst ja drei, dreieinhalb Stunden Leuten beim Singen zu unter einer Maske. Und wir reden hier nicht von Halbfinale und Finale, sondern jede Sendung. Jede Sendung und ich sage mal, das ist in der ersten Sendung geil, weil du absolut überrascht wirst. Ist es jetzt überhaupt ein Mann? Ist es eine Frau? Kennt man die Stimme? Kennt man sie nicht? Sagt man, irgendwo hast du die doch schon mal gehört? Oder ist es für dich jetzt wirklich ein großes Fragezeichen? Die Indizienfilme, ich bewundere die Leute, die die machen. Ich finde das ganz toll. Sie helfen aber nicht. Und das soll wahrscheinlich auch so sein, weil ich glaube, da gibt es nur Null oder Eins. Also da gibt es entweder nur, die Indizien sind so einfach, dass du sofort sagst, Stefan Raab, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben. Oder du machst sie wieder so kompliziert, dass du dann sagst, ja und hier die Person, weil da steht ein Bild von, was weiß ich jetzt mal wirklich, von Chris-Lucius Schönburg. Weil der Nachbar von Chris-Lucius Schönburg heißt Elton. Das sind ja dann manchmal so die Indizien. Also wenn ich mich da an Jan-Josef Liefers erinnere. Wie warst du bei dem? Weil Jan-Josef Liefers, der hat sich dann mit einer goldenen Bürste gekämmt, weil er aus Dresden kommt und da der goldene Reiter steht. So wo man dann sagt, ja Leute. Also so 30 Mal um die Ecke schauen musst. Boah. Genau, also schon super. Das wird dann natürlich im Laufe der Staffel auch einfacher, weil man will ja schon, dass man die Leute errät und ich finde es dann halt tatsächlich auch spannend. Die Demaskierung ist ja eigentlich das einzige, was, also um es mal böse zu sagen, wenn man sich jetzt nicht wirklich für Gesang von Leuten interessiert und da außerhalb der ersten Show mitraten will, ist ja die Demaskierung das einzige Spannende. Also das ist ja der Moment, wo du sagst, boah jetzt und ist es denn wirklich und und in vielen Fällen ist es dann wirklich auch dieser Star. Also spätestens so ab der dritten, vierten Folge passieren ja kaum noch Fehler, wo man dann einfach sagt, ja, wenn ich, ob ich jetzt das Finale gucke, wo sie die vier Masken einfach nochmal abnehmen, wo man eigentlich schon fast sicher ist, wer da drunter ist oder nicht, ist am Ende dann auch egal. Aber das ist ja auch ein Stück weit das Spiel und das hat sich für mich ein bisschen abgenutzt und ich habe mir bei der Ankündigung jetzt der Frühjahrsstaffel gesagt, ist das eine gute Idee, jetzt schon wieder eine Staffel, erst nach der Herbststaffel, die ja gefühlt erst lief. Was da ja auch der Fall ist, da können ja nicht alle, die da mitmachen, singen. Mhm. Und ich habe mir immer die Frage gestellt und ich gebe es zu, ich bin nicht und ich war auch noch nie der große Masked Singer Schauer Fan, weil das Konzept für mich, weil nicht so für den altehrwürdigen Fernsehzuschauer zu durchdacht war. Also ich musste zu viel um die Ecke schauen, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich wusste jetzt nicht, ist das jetzt eine Show und das weiß ich nach wie vor nicht. Kommt es da jetzt auf Singen an? Nein. Also die können drinbleiben bis ins Halbfinale und so weiter, selbst wenn sie nicht singen können. Sondern es geht darum, geht es um das Radeteam, können da die Zuschauer mitmachen und es geht dann am Ende darum, wer steckt unter der Maske. Aber das Radeteam gibt doch immer Tipps ab, wer da drunter steckt. Genau, aber am Ende geht es darum, wer hat seine Maske am besten verkörpert. Wer kann sich am besten mit einem Panda identifizieren? Wer hat jetzt im Prinzip die Menschen am besten unterhalten und erzählt ja jetzt nicht nur der Gesang, sondern erzählt ja auch, wie spielst du die Maske, wie hauchst du ihr Leben ein. Es gibt ja wirklich Masken, die haben ja da dann eigene Identitäten, eigene Identitätsentwicklungen etc. durchgemacht. Wenn ich an Rick Covanion denke, der sitzt jetzt im Radeteam, der hat ja als No Name angefangen, als kleiner, trauriger Roboter, der keinen Namen hatte. Und dann hat man ihm in der Sendung einen Namen gewählt und dann wurde er auf diesen Namen getauft und dann wurde er von Show zu Show glücklicher. Da sage ich mir, das ist ja dann auch noch eine Story, die du so ein bisschen erzählen kannst und da fieberst du dann auch mit, als wenn es dann heißt, ja gut und hier ist jetzt der Hund, um jetzt so das zu sagen. Und da versucht man schon, diese Geschichten auch ein Stück weit zu erzählen. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Aber dann kommen ja auch die krassen Kostüme oder die krassen Storys ziemlich weit nach vorne, oder? Naja, wenn du jetzt so 0815, also die Kostüme sind nie 0815. Sorry, 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 sorry. Die sind alle eigentlich wahnsinnig geil und jedes für sich. Muss man das so betonen? Ja. Nee, also die Kostüme sind schon schön, aber wenn du dann eben nicht schaffst, Norbine. Die machen mir manchmal ein bisschen angst. Ja, manche sind so ein bisschen gruselig, aber wenn du dann halt nicht schaffst, als Schauspielerin Norbine wenigstens den Hauch eines Lebens einzuhauchen, dann fließt du halt in der ersten Runde raus. Und das war mehr? Schöne Große an Veronika Ferres. Oh, oh, oh. Was überhaupt Veronika Ferres? Ich bin jetzt hier völlig, kann ich nochmal schnell googeln? Wir werden es wieder in den Kommentaren lesen können. Genau. Bitte kommentiert. Jetzt muss ich hier, entschuldige bitte. Kein Ding. Erzähl so lange was. Aber ich habe ja gerade gesagt, wie umgeht man das, dass Maske-Zinger dann halt auch langweilig wird. Ja. Dass man, dass dann im Prinzip alles klar ist, dass dann irgendwann der Käse geschnitten ist, um das jetzt mal so auf gut Deutsch zu sagen. In anderen Ländern macht man das ja so, dass die Masken immer wieder aufgefüllt werden. Also, dass für jeden, der ausscheidet, in der nächsten Woche ein neuer kommt. Ja, aber dann nimmt die Sendung doch gar kein Ende. Ja, doch. Irgendwann ist dann natürlich auch damit Asche. Aber das zieht sich doch dann. Das zieht sich dann länger. Also, in wenigen Ländern ist ja wie in Deutschland die Sendung live. Sondern die ist dann zusammengeschnitten. In Deutschland ist sie live. Die ist dann zusammengeschnitten. Sie ist dann kürzer. Dauert auch bloß eine Dreiviertelstunde oder sowas alles. Aber schau mal, das würde manchmal vielleicht reichen. Ja, will ich ja gar nicht. Also, aufgrund der Länge verlierst du ja zum Teil auch Zuschauer und nicht gerade wenig. Gerade wenn du Werbeblöcke machst und das auch nicht gerade wenig. Ja, das ist natürlich auch richtig. Manchmal gucke ich da. Ach gut, ja. Dritte Staffel, Platz 10, die Biene, Veronika, Pferdes, danke. Jetzt kann ich beruhigt schlafen. Echt? Ja, ich gucke manchmal auch auf die Uhr und sage mir, jetzt ist ja noch eine Stunde bis zur Demaskierung. Was wollen die denn jetzt in der Stunde noch machen? Ne, so, weil eigentlich dann so weit alles durch ist. Aber, und jetzt kommen wir zu dem, zu dem großen, zu der großen Neuerung. Es gibt dieses Jahr in dieser Staffel eine Maske, die nennt sich, eben hatte ich es offen. Schade, dass ich es jetzt nicht mehr offen habe. Ne, Mysteria oder Mystica? Mysterium. 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 Und die wird jede Folge enthüllt. Das ist jede Folge eine andere. Also springt die deutsche Produktion ja jetzt auch auf dieses Boot mit auf. Ne, ein Stück weit. Aber du hast halt eine einheitliche Maske. Du hast halt die Masken, die diese Show begleiten. Ne, wo du sagst, ja, gibt ja auch schon drei, sind ja schon bekannt. Der Roboterhund, die Zuckerwatte und die Couchpotato. Die, und das muss ich auch zugeben, wirklich alle krass aussehen. Ja, also das schon. Du hörst mich ein bisschen an die Zuckerwatte. Ja, du wolltest es gerade nicht sagen, aber du hast es doch gesagt. Jetzt ist es raus. Kein Problem. Und ich grüße auch die Person, die jetzt weiß, dass sie mich an den Couchpotato erinnert, aber egal. Also nicht du selber. Ne, nein, Mysterium, das ist halt jede Woche ein anderer Promi. Und der wird jede Woche enthüllt. Also hast du jede Woche eigentlich so diesen neuen, ach, wer ist denn das jetzt? Und dann hast du jede Woche auch zwei Demaskierungen. Und somit ja eigentlich auch nochmal einen völlig anderen Spannungseffekt, als du es jetzt bisher in der Show gewöhnt bist. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das dieser Show nochmal diesen neuen Drive gibt, der mir in der letzten Zeit, in den letzten anderthalb Staffeln so ein bisschen gefehlt hat. Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Das ist gut. Ganz kurz eine technische Frage. Wir nehmen ja jetzt hier schon die ganze Zeit auf. Und ich sehe immer mal, weil das ist aus deinem Blickwinkel nicht zu sehen, dass dein Mikro manchmal rot leuchtet, wenn du einsprichst. Dann bin ich zu laut. Ich hoffe, ihr habt ihn jetzt auch in den letzten Minuten gut verstanden. Aber gut, nein, ich wollte dich ja nur nicht darauf hinweisen. Aber es ist tatsächlich die Maske Zinger. Für mich, ich meine, man muss ja die deutschen Shows so ein bisschen unterteilen. Du hast so diesen wirklichen Trash-TV, wo du wirklich sagst, um Gottes Willen, wer da alles mittlerweile mitmachen darf. Na, Moment. Schrecklich. 24 Tim und alle solche Leute. Hallo. Und du hast ja auch Shows, wo du sagst, okay, die gehen zwar in eine ähnliche Richtung, das ist auch mit Promis, die irgendwas machen müssen, aber die haben noch ein Niveau. Let's Dance, die Verräter und Maske Zinger zum Beispiel. Aber da hört's dann auch schon vor. Ja klar, wo du dann auch mal Leute bekommst, mit denen du jetzt nicht rechnest, dass sie da drunter sind. Also, dass da jetzt ein Jens Riva mitmacht oder ein Jan-Josef Liefers oder, oder, oder. Also, da gibt's schon die ein oder andere Überraschung. Also, du meinst, da kommen dann auch Promis, die einen gewissen Stand und gewissen Stellenwert haben. Wie eine Veronika Ferris zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, die dann als erstes rausfliegt, weil sie es nicht mal hinkriegt, eine Biene zu spielen. Egal, aber. Und nochmal hast du ihr ein Bein gestellt. Habe ich das nochmal rein? Ja, ja. Soll ich es noch ein drittes Mal erwähnen? Bring es aber gerne Richtung Ende der Sendung. Gegen Ende nochmal, okay. Ja, und das ist halt, wo ich dann irgendwann sage, ja, ich fand's in der letzten Staffel, ja, war okay. Wer hat da gewonnen? Da hat's. Und warum hat diese Person gewonnen? Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, siehst du, das ist ja, das ist ja schon, wenn ich. Das geht so ein bisschen wie bei den DSDS-Gewinnern. Ich könnte dir sagen, wer die vorletzte Staffel gewonnen hat, weil der die Figur geil verkörpert hat. Sag mal die Figur. Das war nämlich Daniel Donskoy als Maulwurf. Entschuldige, bitte. Ich weiß aber auch nicht, wer Daniel Donskoy ist. Das ist ein Schauspieler, der ist relativ bekannt. Kenor Daniel Hartwig. Und das ist kein Schauspieler und der ist trotzdem bekannt. Und weißt du, was das Schlimme ist? Dass ich noch eine Staffel davor jetzt war. Weil die vorletzte Staffel hat Luca Henni gewonnen. Na, den kenne ich. Als Schuhschnabel. Und die letzte hat Jennifer Weist gewonnen. Weiste? Jennifer Weist, Jennifer Rostock. Also das ist, ja, ja, klar. Bürgerlich. Chris Lutz, ja, aber wenn ich jetzt halt hier sonst durchgucke, es war schon okay, aber ich muss fast sagen, jetzt für mich, so vom Bauchgefühl war, ja, okay, gut, wir hatten eine Katja Eppstein dabei das letzte Jahr. Ja, doch. Die finde ich auch toll. Jenke von Wilmsdorf, Uwe Ochsenknecht, Tim Bensko, Mieze Katz, Hendrik Durbin. Hä, sind doch alles bekannte Namen. Es ist schon ein gutes Setup, ein gutes Lineup gewesen, ja. Mensch, Stefan, der immer zu kritisch ist. Und überlege ich mal, wo kannst du sonst meinetwegen Sätze sagen, wie, sagen wir mal hier, Helmut Kraus, ne, war ja, ne, sag mal mal, Chris Lucio Schönburg ist der Stinkstiefel. Das kriegst du keine anderen Sendung hin. Also du könntest es schon auch in einer anderen Sendung sagen. Ja, aber ohne, dann werden sie dir böse. Ja, auch in der Presse viel Geschrei geben. Ja. Wunderbar, okay, also ein paar Dinge müssten deiner Meinung nach verändert. Musst du mich nicht noch fragen, wen ich mir unter den Masken wünschen würde? Doch, die Frage schließt sich ja jetzt an, nachdem ich nochmal wiederholt habe, die Jubiläumsstaffel von The Masked Singer startet am 6. April, die 10. Staffel. Es ist kein Jubiläum, mein Jubiläum ist immer durch 25 teilbar, das machen alle falsch, ich verklage ProSieben. Wollte ich gerade sagen, dann sag es auch bitte den Redakteuren von ProSieben, der eigenen Sendung, die das auf ihrer Homepage gestellt haben. Alle die hier, 10 Jahre, wir haben 10-jähriges Jubiläum. Warum ist es kein Jubiläum? Weil es nicht so ist, Jubiläum ist immer durch 25 teilbar. Also ist es eine? Ein Geburtstag. Ein Geburtstag. Happy Birthday, du bist mittlerweile 10. Mann. Masked Singer. 6. April und mit ganz vielen Neuerungen und mit ganz vielen neuen Kleinigkeiten und mit Stephans Tipp, wer unter welcher Maske steckt? Was wolltest du jetzt sagen? Nö, das kann man ja jetzt schwer sagen, Peter Kraus, ich habe Helmut Kraus vorhin gesagt, Peter Kraus meinte ich, der war das Stinktier. Der Stinkstiefel. Das Stinktier, Peter Kraus, Peter Kraus ist das Stinktier. Also ist ja erstmal die spannende Frage, was haben sie noch für Masken? Tiere werden langsam knapp. Och, so ein Zebra? Zebra? Boah, doch Zebra war glaube ich Ella endlich. Weil es mittlerweile neun Staffeln, da kriegt man auch gar nicht mehr alles hin. Doch Ella endlich war das Zebra, genau. Schön. Ich weiß gar nicht, noch ein Hund. Na gut, haben wir jetzt diesen Roboterhund da so ein Stück weit dabei. Aber wie gesagt, Tiere werden halt langsam wirklich ein bisschen knapp. Dann weicht man jetzt halt schon auf die Zuckerwatte und die Couchpotato aus. Aber es ist auch tolle Geschichten. Und von den Promis, es werden wieder irgendwelche aus dem ProSieben-Universum dabei sein. Irgendwann, und das muss man ja jetzt auch mal so sagen, Joko und Klaas waren noch nicht dabei. Elton war noch nicht dabei. Stefan Raab war noch nicht dabei. Stefan Raab war noch nicht dabei, die ja regelmäßig genannt werden. Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk war noch nicht dabei. Dieter Bohlen. Ja, aber ich weiß nicht, ob Dieter Bohlen so. Also Thomas Anders war ja schon dabei, vielleicht jetzt diesmal Dieter Bohlen. Aber ich weiß, wen du gerne unter einer Maske sehen wollen würdest. Wen denn? Einfach, weil du ihn toll findest. Und ich finde ihn ja auch so klasse. Bastian Pastewka. Ja, aber er müsste dann so eine Gruselmaske spielen. Okay, warum? Ja, weil das ja oft so ist, dass man dann eine Maske bekommt, die vom Charakter. Wenn er jetzt so einen tollpatschigen Drops spielen würde oder sowas, dann wäre das ja so einfach. Ach, weißt du? Aber jetzt so, was, die haben Pastewka, war das Gespenst oder so? Das wäre schon so eine Nummer. Das fände ich, aber wie gesagt, weiß ich nicht, ob er jetzt dabei ist. Viele vermuten ja auch, dass Ruth Moschner diesmal unter einer der Masken ist, weil sie nicht im Rateteam sitzt diesmal. Aber ich glaube, das wäre jetzt zu naheliegend. Boah, das dachtest du aber bei Jenke von Wilmsdorf auch. Ja, aber er war nur Rategast. Ja, okay. Das ist so, ja, es war auch damals in der Staffel, wo Ray Garvey mal nicht dabei war. Und alle dann, ja, der Werwolf ist Ray Garvey. Nee, das wäre jetzt eigentlich zu einfach. Die Nummer. Und daher glaube ich nicht, dass Ruth Moschner dabei ist. Aber dafür sitzt im Rateteam, um darauf nochmal kurz zu sprechen zu kommen, eine neue junge Dame, und die finde ich so toll, Palina Roszynski. Der erste Rategast ist ja jetzt auch raus, ne? Oh, ja. Aber bleiben wir erstmal bei Palina. Palina Roszynski, auch aus dem ProSieben-Universum, kennt man, kann man vor allem durch Joko und Klaas kennen, noch aus Anfangszeiten. Was war das, Joko und Klaas gegen alle? Nee, gegen ProSieben. Gegen die Welt, gegen ProSieben, gegen… Zirkus Halligalli. Zirkus Halligalli. Und, ach, die sind ja auch befreundet und sie gehört da auch mit dazu. Und Palina Roszynski wird ja sowieso immer mal in Sendungen eingesetzt. Und sie ist ja auch Model und etc. und Schauspielerin. Also, finde ich gut. Und die ist auch unterhaltsam. Mal gucken, wie sie sich das schlägt. Obwohl, auch Ruth Moschner, die mag man oder mag man nicht. Wie war es bei dir? Ich habe sie gemocht. Ja? Also, ja, mich hat das nicht gestört. Ich kenne ja diese flippige, ausgerastete Art von dir. Ja, okay. Sage ich jetzt, wenn ich mit Ruth Moschner verglichen werde, alles okay. Aber er sei Rategast, ein Rückkehrer, Max Giesinger. Max Giesinger. Er war ja auch schon mal in der Jury. Und ich würde, im Rate-Team, ich würde aber mich jetzt hier live in diesem Podcast auf einen Promi festlegen. Der dieses Jahr dabei sein wird. Worum wetten wir? Worum wetten wir, dass dieser Promi dabei ist? Um eine Pizza. Um eine Pizza? Mhm. Anke Engelke. Na gut, ist, wenn wir über Bastian Pastewka reden, darf Anke eigentlich nicht weit sein. Vielleicht sogar zusammen. Ah. Als Gespenst und Gespenstin. Und sie singen Schu, Schu, Schu. Ja, dann weiß es aber gleich jeder. Scha, scha, scha. Ich glaube, Anke kann wahnsinnig gut singen. Bastian ist eher so semi, aber, äh. Anke. Ich glaube, dass. Und dann bitte so ein 80er, 90er Titel. So irgendwas. Oder wie bei Stefanie Hertel, dann wirklich was so völlig nur öpp, 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 so rockmäßig. Highway to hell und womit man so gar nicht rechnet. Der Black Panther. Ja, Anke Engelke finde ich great. Würde ich gut finden. Schauen wir mal, beziehungsweise du wirst es schauen und mir dann hoffentlich Bericht erstatten. Chris Lucio Schönburg war der Stinkstiefel. Vielen Dank. Dann hoffentlich im Finale. Stehend. Als erstes ausgeschieden. Der stinkt. Noch vor der Biene. Mhm. Da muss er gleich husten. Ja, tut mir leid. Das ist alles Karma. Ich entschuldige mich bei Veronika Ferris. Ja, solltest du. Sie ist wirklich eine ganz tolle Schauspielerin. Die finde ich auch und sie ist jetzt bestimmt traurig. Sie weint jetzt, weil Stefan Raab ihr diesen Link geschickt hat. Ja. Nimm es dir nicht so zu Herzen. Ich werde auch immer fertig gemacht von ihm. So. Wunderbar. Was gibt es noch zu erzählen? Ach so. Ich wollte noch anbringen. Natürlich möchte ich auch so ein bisschen noch so ein klein. Du schaust gerade auf die Zeit. Wie viel haben wir schon gesprochen? Alles gut. Ich habe ja gerade. Ich habe gar keine Zeit vor Augen. Mir war schon völlig entfleucht, dass auch Sonja Ziedlow mal im Ratteam saß. Aber egal. Da sind wir jetzt durch mit Maske Zinger. Aber die dürfte auch als Gast gerne dabei sein, finde ich. Äh, als Promi. Die war schon als Maske dabei. Als Hase. Stimmt, stimmt. Naja, gut. Ja. So viel dazu. Wie viel Zeit ist denn jetzt schon verstrichen? Ich weiß es gar nicht, weil unser neues Aufnahmegerät zeigt mir jetzt zwar, äh, hier eine Zahl an, aber das ist keine Zeit. Hä? Egal. Ach herrje. Egal. Das möchte ich jedenfalls noch anbringen, denn ich möchte so einen kleinen Querverweis noch starten in Richtung Let's Dance. Also wir wechseln ein bisschen den Sender. Wir gehen von ProSieben zu RTL und, äh, zu dem Showereignis der letzten Woche. Joachim Lambi ist die Null. Und Rochie González die Drei. Genau, ja. Ich wusste jetzt gar nicht, welche Finger ich zeigen soll. Warum hast du dein Vier gezählt? Ja, das hat er ja auch gemacht. Hast du. Kennst du nicht das Meme? Ja. Oh, Stefan. Nein, du bist zu alt. Du kennst es nicht. Ja, ich bin zu alt. Entschuldigen Sie bitte. Ich hatte erst Geburtstag. Ich bin über 40. Happy Birthday. Ja, du hast mir nicht gratuliert. Wenn ich jetzt singen könnte, würde ich singen. Wo ist mein Geschenk? Hm, kriegst du. Nein. Ich habe hier Gummibärchen für dich. Ich möchte kein Gummibärchen, schon gar nicht das. Gut. Wir sind exklusiv für dich. Wirklich? Mhm. Von dir? Von mir. Also du hast mir zu deinem Geburtstag Gummibärchen geschenkt. Ich habe dir, weil ich im Urlaub war, ein kleines Gummibärchen-Geschenk mitgebracht. Naja, du hattest schon auch ein schlechtes Gewissen, weil du mich so lange nicht gesehen hast. Das stimmt. Aber zu Let's Dance, denn Let's Dance ist letzte Woche ausgefallen. Oh, wegen Karfreitag. Und da darf man ja nicht tanzen. Richtig. Also, genau. Man sollte nicht tanzen und RTL hält sich da dran. Darf nicht. Tanzverbot. Ja, genau. Kein Sollteverbot. Man darf da nicht tanzen und RTL hält sich da dran und strahlt deswegen. Naja, RTL strahlt deswegen alte Tänzer ab. Ja, also, ja, das ist so ein bisschen. Sie tanzen aber nicht live im Studio an dem Abend, sondern sie zeigen eine Sendung, die vorher aufgezeichnet wurde. Die Magic Moments der Tanzprofis. Schön. Ja. Moderiert natürlich wieder von Daniel Hartwig und Viktoria Swarovski. Und das war wieder toll. Also, ich möchte es gar nicht, also, wenn ich jetzt von jedem Tanzprofi erzählen würde, was seine Geschichte mit Let's Dance ist, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber da wurden dann halt so Themen angesprochen, wie die Liebesgeschichte zwischen Luca Henni und Christina Luft. Und das ist, das macht diese Sendungsfamilie aus, diese Familie, die ja wirklich Let's Dance ist. Und ja, das hat mein Herz auch erwärmt, gerade an Karfreitag, gerade zu Ostern. Nein, das nicht. Aber sie hat geweint. Und Viktoria Swarovski. Nein, Christina Luft. Christina Henni. Christina Henni, natürlich, Entschuldigung. Und das war so eine Geschichte, das waren so Geschichten, die dort erzählt wurden, was sie halt persönlich mit Let's Dance verbinden und wie ihre eigene Geschichte damit ist. Und ich fand es sehr unterhaltsam, aber trotzdem bin ich jetzt mittlerweile auch wieder so ein bisschen auf Let's Dance Entzug von der aktuellen Staffel. Das heißt, es darf gerne in dieser Woche wieder losgehen und ich werde natürlich darüber auch informieren. Ja, was ja immer noch das Spannende ist an dieser Let's Dance Staffel, was ich ja neulich schon mal lobend erwähnte, um es so zu sagen, ist, wir haben mittlerweile die Sendung. Oh, verspreche dich nicht, das habe ich auch schon falsch gesagt. Heute die Auftaktsendung und jetzt kommt die fünfte. Also nach der Auftaktsendung ist es jetzt die fünfte Sendung, also insgesamt die sechste. Keine Angaben auf Vollständigkeit. Wir haben tatsächlich verschiedene Höchstwertungen. Ja. Also wir haben jetzt mittlerweile zweimal den Gabriel. Gabriel. Wenn man diese acht Punkte da vom letzten Mal noch mitrechnet, etc. Beziehungsweise auch an sich hatte er in der letzten Sendung ja die Höchstwertung mit 26. Ähm, davor war es Toni. Toni Bauer. Und Detlef hatte auch schon mal die Höchstwertung. Also, und es ist alles eng beisammen und das ist das Schöne. Es ist nicht so eine, ähm. So eine Überfliegerstaffel. Es ist nicht so eine Überfliegerstaffel hier mit, äh, mein Gott, jetzt komme ich selber nicht auf den Namen. Anna Ermakova. Anna Ermakova, genau. Ruri Gislason. Luca Henni. Die waren ja auch eher so, so, wo man sagt, das war spannend. Aber voriges Jahr war halt einfach nur spannend, wer wird Platz zwei. Das war so, außer in diesem Jahr, wie die Fußballmeisterschaft, wo man gesagt hat, ja gut, Bayern wird Erster. Aber wer schafft es noch in die Champions League, so nackt immer doch. Bayern wird Erster? Ja, war ja jahrelang so. Ja, aber dieses Jahr ja nicht. Dieses Jahr nicht. Deshalb habe ich ja auch gesagt. So viel weiß ich dann auch vom Fußball. Ja. Aber, äh, jetzt ist es halt durchaus spannend und wir haben, äh, Tänzerinnen und Tänzer, die da oben einfach mittanzen und das ist schön. Schön. Da wird auch noch irgendeiner, bin ich mir sicher, emporsteigen. Von hinten nach vorne kommen? Also, so irgendwann so, dass der, der Knoten platzt. Ich finde, das hat aber Toni Bauer schon wahnsinnig gut erledigt. Ja. Also, der mausert sich natürlich zum Zuschauerliebling. Ich hatte beim letzten Mal schon drüber berichtet. Für mich sowieso, gerade auch, weil es für mich so ein Underdog war und ist, er, ganz am Anfang, ich muss es nochmal erwähnen, ganz am Anfang hatte ich zu dir gesagt, ich bin der Meinung, er wird als erstes rausfliegen, wo du gesagt hast, nee, es wird Bjorn. Haben ja beide super geklappt oder so. Ja, und beide sind immer noch drin. Aber für deine Lieblingsbibi hat sie es ja jetzt auch ausgehext. Ja, die ist rausgeflogen, sie ist ja ausgeflogen auf den Besen. Nein, leider, ja, Lina Larissa Strahl und Joel Chandor Csäcke. Mega Name. Joel Chandor Csäcke musste ja dann auch bei der Passion mitlaufen. Ja, richtig. Der hatte ja gar keine Zeit mehr. Ach Gott, das war auch so ein Fremdschämding. Also ja, es ist schön, ich find's toll und ich hab ja nix gegen moderne Interpretationen. Aber, aber. Jetzt kommt das Aber. Oh Gott. Hä, das war doch Musical pur. Ja, ganz toll. In Kassel. Kassel hat gebebt, euphorisch gebebt an dem Abend. Ja, da kommen gleich die. Jesus von Nazareth war das. Ja. Ja. Lass mich noch einen geilen Marske Zinger Moment zum Schluss erzählen. Wir reden gleich noch kurz über Passion. Ich möchte noch kurz. Okay, dann erzähl. Du, okay, bringst Marske Zinger am Schluss gleich. Die Passion ist ja, war ja nicht das erste Mal, dass RTL so, ähm, das Ganze ausgestrahlt hat. Nein, es war schon das zweite Mal. Es war schon das. War das nicht besser. Es war schon das zweite Mal und ich glaube sogar, die Quoten waren wieder so gut, dass RTL auch überlegt, das nochmal auszustrahlen. Und es war ja nicht schlecht. Ich meine, ich hab mir die ganze, äh, Show, die ganze Sendung hab ich mir angeschaut und wir fanden's unterhaltsam. Und natürlich war an der einen oder anderen Stelle so ein, so ein Cringer-Moment oder, also, Jimmy Blue Ochsenknecht. Als Judas. Als Judas. in dieser Burg da oben, wenn er dann, aber, hey, die haben das durchgezogen, die haben das professionell durchgezogen. Ja, oder, oder als hier der Fernsehrichter da noch mit seinem Hund. Ja, ja. Haben sie die auch einer von diesem Jesus? Nö, nö, nö. Ja, wie gesagt, nix gegen moderne Interpretationen. Ich glaube, aber die haben sich auch so ein bisschen selber auf die Schippe genommen. Weiß ich nicht. Aber ist das die Geschichte, um sich auf die Schippe zu nehmen? Nein, ist es nicht. Aber es ist die Geschichte, um, um das Ganze so zu verpacken, damit Leute mit dem Thema sensibilisiert werden oder an das Thema herangeführt werden. Ich glaube, viele und nicht nur viele Menschen aus Deutschland, sondern aus der gesamten Welt wissen nicht, warum wird Ostern gefeiert. Aber jetzt mal ganz ehrlich, dann macht man es doch richtig dumm. Du meinst, dann macht man, dann versucht man doch, dann macht man es doch gar nicht noch so, dass man, dass man, wie du sagst, dass man sagt, jawohl, wir wollen das jetzt erzählen, die Geschichte. Aber das hat für mich so, so, entweder mache ich es auf eine ironische Art und sage jetzt, wir nehmen das auf die Schippe, lebendes Brian. Wollte ich gerade sagen, du meinst jetzt bestimmt das. Oder ich spiele es ernst. Und RTL hätte ja alle Möglichkeiten. Ihr sind Josef, und ihr sind Jesus von Nazareth und Judas mit dem Cha-Cha-Cha. Oder irgend so was, wo du dann einfach sagst, das tanzen wir jetzt aus. Oder haust du da die ganzen RTL-Shows mit rein. Richtig. Oder sonst was. Und dann sitzen sie am Ende bei Richterin Barbara Sales, die dann den Pontius Pilatus spielt oder irgend so was. Und Frau Kolodowicz macht eine Sondersendung. Das haben sie ja so ein Stück gemacht. Das haben sie danach gemacht. Das ist ja auch in dem Musical, bei Jesus Christ Superstar. Da war sie ganz schön, dass sie da zum Schluss mit Kamerateams und Jesus und tralala. Aber das wäre jetzt so, wo ich sage, ja, entweder machst du es dann so richtig als ironische Satire-Nummer. Oder du machst es richtig ernst. Und richtig ernst kannst du es halt nicht machen, wenn du da, er mag toll tanzen können, er mag auch tolle Sänger dabei gewesen sein und René Caselli und sonst was. Aber es sind halt keine Schauspieler. Wenn du es ernst machen willst, musst du professionelle Schauspieler nehmen für alle Rollen. Punkt. 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 Genau. Ich fand es unterhaltsam, habe es mir angeschaut. Es hätte ja nur noch gefehlt, dass Veronika Ferres als Biene verklebt. Nein, es war Jenny Elvers dabei, die, als Biene verklebt. Nein, die als Blinde, ja, du kannst, sie war blind und dann wurde sie, das war auch so ein Fremdschäden-Moment. Ja, da, da, ich dachte, ich dachte wirklich bis gerade, sie wollten das so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Nein, das war schon ernst gemacht. Ein bisschen unterhaltsam machen. Ja, das mag ja sein, aber wie gesagt, entweder, es gibt ja da auch kein bisschen schwanger. Schwanger? Ja, es gibt kein bisschen schwanger. Entweder du bist schwanger oder du bist nicht schwanger. Und entweder du bringst es ernsthaft rüber, dann aber auch mit aller Konsequenz, oder du machst halt wirklich eine Satire-Nummer daraus. Also, liebe RTL-Passions-Redaktion, und ich weiß ganz genau, dass ihr eine neue Sendung, eine neue Show vorbereiten werdet. Stefan, für dich bestimmt, Macht ist wahnsinnig übertrieben und lustig und so, oder? Oder ernst. Am Ende ist, nein, am Ende geht es um Einschaltquoten. Und ich glaube, das würde, das würde auch. Ich glaube auch, eine vernünftig erzählte Bibelgeschichte, von mir aus auch in die Neuzeit geholt. Kein Thema. Im ZDF. Von mir aus auch live gespielt. Kein Thema. Von mir aus mit Musik. Kein Thema. Der Gospelchor war ja noch mit. Aber dann kannst du da eben nicht, Huns und Plunz mit durchs Bild laufen lassen, sondern dann besetzt du dieses Ding mit Schauspielern. Und Ende. Das war die Meinung von Stefan B. Westphal. Und hier ist die Biene. Veronika Ferris. Apropos, du wolltest noch ein Abschluss-Mask-Zinger-Zitat bringen. Also nicht Zitat, aber es gab 2021, müsste das gewesen sein, in der US-amerikanischen Version von Mask-Zinger, die Demaskierung, wo ich sage, die müsste man, ich weiß gar nicht, ob es dazu ein deutsches Äquivalent geben könnte. Und zwar handelte es sich um das Kostüm der Schnecke. Und in der Schnecke war? Jimmy Kimmel. Kürmelt der Frosch. Nein! Also quasi eine Puppe in der Maske. Ich fand es so geil. Und unter der Maske, also unter dem Kostüm ja noch dann ein Mensch, den man nicht gesehen hat. Nein, Kürmelt der Frosch. Das war Kürmelt der Frosch. Ich weiß jetzt nicht, was du mir jetzt sagen möchtest. Möchtest du sagen, der lebt nicht? Doch, doch. Ich will jetzt keinen Traum von dir zerplatzen lassen. Das ist jetzt schon zu spät. Jetzt gucke ich Bauersuchtfrau. Lass mich in Ruhe. Oder so 50. Alle folgen auf einmal, bis mir die Augen bluten. Ich glaube, da gefällt mir die Passion auch wieder. Oh Mann. Eigentlich wollte ich gar nicht so querschießen damit. Also ich fand die Passion nicht schlecht. Das ist doch schön. Nicht schlecht ist aber auch immer gerade so, dass man nicht brechen muss. Nein. Ach nein. Alles gut. Ich schaue es mir auch beim nächsten Mal wieder an. Ja, RTL. Mach dasselbe ruhig nochmal. Ja. Mit einem Gastauftritt von. Von mir. Von Chris Lucio Schönburg als. Ja, wenn du mitspielen wollen würdest, du wärst Pontius Pilatus. Judas. Ja, ja. Du wärst so ein richtiger Arsch Judas. Wirklich. Boah, danke. Jetzt Stefan B. Wester als Judas. Oh, danke. Und ich? Maria Magdalena. Oh ja. Oder das Kreuz. Hey, dann werde ich durch Kassel getragen. Ja, siehst du, musst du nicht laufen. Und strahle so die ganze Zeit. Ja. Nee, dann Maria. Nö, du wärst so, doch, also. Jetzt sag ich so ein Background-Komparser. Nein, schon Jesus. Also wenn dann möchte ich, also wenn ich schon Judas sein muss und die böse Rolle spielen darf, das ja sonst immer dir obliegt hier bei den Stücken, die hier so gespielt werden in der Region. Ich spiel nur die bösen Frauen. Du spielst sie, genau. Dann musst du schon Jesus sein. Dann möchte ich dich schon am Kreuz genagelt sehen. Ich hab jetzt überlegt, wie ich diesen Satz einfach vernünftig rüberbringe. Und ich hab ihn so ausgesprochen, wie du es gedacht hast. Dann möchte ich dich schon da hängen sehen aufgrund meiner Taten. Sehr gut. Und ich möchte bitte, dass Frau Kolodowich danach mit mir ein Interview macht. Und Veronika Ferris als Biene sich auf deine Nase setzt, während du da hängst. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sollten Schluss machen, sonst rastet Stefan komplett aus. Stefan, wie Westphal war das? Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und gerne auf ein baldiges neues Erlebnis mit dir in dieser Show. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns das gerne. Wenn nicht, dann lasst es halt bleiben. Abonniert definitiv den Podcast vom lieben Chris. Er hat's verdient. Dankeschön. Freue ich mich sehr. Und wir hören uns bald wieder. Natürlich hört gerne auch bei den Let's Dance Folgen rein. Das lohnt sich. Und bis dahin, ja, bleibt gesund und wir hören uns. Tschüss. Das lohnt sich beauty. Und bis dahin, ja. Bis zum nächsten Mal.